Hallihallo ihr Lieben, ich wurde gefragt, warum ich eigentlich gar nicht so negativ eigentlich über ehemalige Beziehungen sozusagen denke oder rede, sondern eher positiv und ich möchte das eigentlich mal ganz kurz an euch zurückschmeißen und euch mal fragen, okay, was bringt es dir denn oder was hat es dir gebracht, dass du auf deine Ex-Partner wütend bist, dass du auf sie sauer bist, dass du Rachepläne schmiedest, was hat dir das gebracht oder was bringt es dir? befreit es dich? Erleichtert es was? Ändert es irgendwas? Nein. Und ich sage mir immer, wie soll ich auf jemanden sauer sein, egal ob er jetzt zum Beispiel die Beziehung beendet hat oder ob ich sie beendet habe, weil es eben wirklich gravierende Situationen gab oder dies, das, jenes, aber ich habe mich doch selbst dazu entschieden, diese Beziehung zu führen. Ich habe doch selbst entschieden, welche Schritte ich in dieser Beziehung mache. Mir hat keiner eine Pistole auf die Brust gesetzt und hat gesagt, so, du musst jetzt so und so handeln, ansonsten ist Schluss. Selbst dann wäre es meine Entscheidung gewesen, mache ich es oder ist Schluss? Verstehst du, was ich meine? Wie soll ich also im Endeffekt jetzt dann auf die Person sauer sein über Handlungen, die ich entschieden habe? Außerdem, sage ich mir, weiß ich durch diese Beziehung, die ich geführt habe, was mir gefällt, was mir gut tut, was mir nicht gut tut, was ich gerne möchte, was ich absolut nicht mehr möchte. Somit hat es doch für mich eigentlich ja noch einen Lerneffekt gehabt, als wie wenn ich mich in irgendwas hineinstürze und einfach alles dann so hinnehme und so, wie es ganz, ganz früher war. Ja, da war es ja so. Da hieß es, du und du, ihr kommt zusammen und ihr müsst jetzt klarkommen. Ja, die sind klargekommen, weil sie es auch mussten. Waren sie glücklich? Manche ja, manche nein. Man hat sich einfach damit, ja, arrangiert. Und muss ich jetzt mich aber damit arrangieren, unglücklich zu sein, vielleicht sogar zu leiden? Nein, muss ich ja nicht. Von daher ist es doch gut, dass ich diese Erfahrungen entsprechend mache, für mich etwas lerne und dann weiß, worauf ich beim nächsten Mal sozusagen achte. Und deswegen, warum soll ich also in dem Moment sauer sein, wütend sein auf die Person? Nein. Klar gibt es Situationen, die mich sauer oder wütend machen oder es gibt Aussagen, die mich sauer oder wütend machen. Klar. Aber jetzt dann eben über Situationen, die ich gemacht habe, in dieser Beziehung. Wie so viele sagen immer, ich habe dies und jenes alles aufgegeben, um für meinen Partner das und das. Das hast du doch aufgegeben, weil du das wolltest. Und das ist das, was ich meine. Wir geben diese Dinge doch auf. Wir schließen doch die Kompromisse, was auch immer, weil wir selber das so wollen. Weil wir an diese Beziehung glauben, weil wir an diesen Menschen glauben, weil wir daran glauben, wir können es schaffen. Dafür entscheiden wir uns, XY zu tun, zu lassen. Aber der andere Partner hat nicht gesagt gehabt, ja, du und ich, wir kommen nur zusammen, wenn du das weglässt, das dafür machst, diesen Job am besten aufgibst, dafür das machst. Ah, holst da und da, nee, das geht nicht immer. Verstehst du, was ich meine? Und deswegen bin ich da entsprechend auch nicht sauer über gewisse Situationen, die im Nachhinein dann ja entstanden sind, wo man wieder von vorne zum Beispiel irgendwie anfangen muss oder dies, das, jenes. Weil, ja, war scheiße gelaufen. Ja, ist ärgerlich. Ja, es hat einige Folgen jeweils nach sich gezogen und so, aber es war ja trotzdem eine Entscheidung, mache ich es, mache ich es nicht. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und denkt einfach mal drüber nach, ob es wirklich Sinn macht, im Endeffekt jetzt dann alles mal auf den anderen zu schieben und auf den anderen sauer zu sein über Handlungen, die wir selber machen. Bye, bye.